Schönen Nachmittag, Freunde. Heute Morgen hat es gerechnet, geschifft. Heute Morgen hat es geschifft, gegossen wie ein Wasserfall. Heute Morgen gab es Regenschauer und jetzt klärt sich das Wetter komischerweise wieder auf. Wie gesagt, Aprilwetter mitten Juli. Wetter ist heute durchwachsen. Aprilwetter ist heute durchwachsen, Aprilwetter mäßig. Also Aprilwetter mäßig kann man sagen. Wetter ist heute durchwachsen und Aprilwetter mäßig. 19 Grad dabei. Auf Regen folgt jetzt wieder der Sonnenschein. Heute Morgen bis jetzt hat es gerechnet und jetzt kommt der Rest des Tages. Es kommt für den Rest des Tages, also für den Rest des heutigen Tages kommt jetzt der Sonnenschein. Der Sonnenschein kommt jetzt für den heutigen Rest des Tages und ja, liegt hier auch daran, weil er einen Geburtstag hat. Bewirkt euch alle in schönen Wochen, Teil der Tag. Bis jetzt ist die Sonne noch hinter den Wolken, aber die kommt gleich ein bisschen mehr raus. Bis jetzt ist die Sonnenschein. Eminwetter ist ein bisschen mehr raus.